Ah, den tun wir zu raus! Ja, das ist eine schnelle Leuchtigkeit. Da hat er gar nicht aufgehört, weil sie ihn nicht mehr sehen. Jetzt haben wir drei. Du darfst drehen, ich halte dir auch. Sonst müssen wir weggehen, aber es drehen. Ja, ich schau an. Eben, da! Der ausreht an! Nein, du kaufst ihn, du hast den der Schreiber!